Hallo und jetzt willkommen zu Megafon 95 der Fortuna Düsseldorf Fußball Talk. Wir sind heute hier bei Folge 50 direkt nach dem Gladbach-Spiel. Ich sitze hier mit dem Micha, dem Schwerens G8 zusammen, direkt an dem Montag und ja, Micha. Wir hatten von dem Spiel gesagt, dass wir mit einer guten Kampfleistung und wenn wir taktisch clever spielen, da was reißen können. Jetzt schießt uns Gladbach 3-0 ab. Ja, erstmal dein Feedback dazu. Ja, guten Morgen. Ja, das ist eigentlich traurig, weil man war mal wieder nicht die drei Tore schlechter als der Gegner. Ich habe dem Gegner praktisch zwei Tore geschenkt, beziehungsweise ein Tor wurde dem Gegner vom Schiri geschenkt. Dann eins von Eihahn und das dritte war dann mal ein richtiges Tor, was Gladbach gestorben hat. Und dann hätte man auch sagen können, ja, 1-0 für Gladbach und dann ist die Sache gegessen. Aber so, ja, wie schon letzte Folge gesagt, täglich grüßt das Murmeltier und ja, mal wieder durch einen Handelfmeter das 1-0 kassiert. Und ja, dann wird das halt nichts mit dem Klassenerhalt, wenn man, wenn nicht nur die Qualität der Mannschaft schlechter ist, sondern man dann auch noch Pech hat, ja, dann wird das halt nichts. Das Murmeltier wird so ein bisschen unser Mantratier, habe ich das Gefühl, jetzt über die letzten Folgen. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was man tun könnte. Natürlich schreiben wieder viele auf Facebook Funkel raus. Ich habe auch einige Kommentare gelesen, wenn wir direkt zu Beginn mal dazu kommen wollen. Irgendwie, jetzt ist die Mannschaft gefordert, der Trainer hat damit gar nichts zu tun und ich muss mal kurz hier Zeugs öffnen, damit ich da mal ein bisschen präsenter sein kann. Zum Beispiel hatten wir unter der letzten Post, unserer letzten Folge hat jemand geschrieben, dass die Mannschaft kreativ werden muss und nicht Funkel. Dann haben zum Beispiel jetzt viele geschrieben, was war das denn? Oder nächstes Jahr wieder sind Tausend. Zwischendurch gab es dann auch wieder wütende Proteste gegen den Handelfmeter. Das haben sie sogar auf Sky tot analysiert, wenn du so willst. Und natürlich können wir uns darüber aufregen und jetzt hier stundenlang irgendwas vorlesen, wie Fortuna gespielt hat und wie scheiße das alles war. Und die Fans aufhören sollen zu meckern, hat auch einige geschrieben. Und es wirkt für Unruhe im Verein. So, Michael, jetzt ist es halt meine Meinung immer noch, Friedhelm Funkel stellt das unkreativ auf. Okay, er hat sich dem Grundsatz bedient, never change winning team. Und so stellte er auch die Fortuna gegen Gladbach auf, wieder im 4-4-2. Und das Ganze ging dann halt von vorne los. Jetzt schätzt du mal kurz ein, wie sich Friedhelm Funkel da taktisch geschlagen hat oder ist es einfach nur wirklich die Mannschaft, die liefern muss? Eigentlich würde ich ja behaupten, dass man mal was, wenn es halt nicht funktioniert, dann sollte man vielleicht mal was Neues probieren. Wie schon beim letzten Mal gesagt, das ist, ja wie soll ich sagen, dass irgendwie, wenn man, wenn man es halt so, manchmal sollte man halt was versuchen. Und vielleicht kriegt man dann auf die Fresse, aber wenigstens versucht man mal was. Weil aktuell ist es so, man geht jedes Spiel gefühlt gleich an und dann kassiert man ein unnötiges Gegentor und dann noch ein zweites unnötiges Gegentor. Und das dritte Gegentor ist dann gut herausgespielt, aber man vielleicht 3-0. Dann habe ich jetzt eine Headline für dich. Funkel hat Angst? Ja, aber bevor? Taktisch kreativ zu werden, was Neues zu probieren, weil er scheint grundsätzlich die Philosophie die ganze Saison zu haben. Ich weiß nicht, ob er etablierte Kräfte, ich zum Beispiel Davo Lovren kriege die Chance nicht, er zieht Usami nicht ins Mittelfeld, er spielt grundsätzlich mit zwei Stürmern. Er hat irgendwie die Idee nicht, irgendwie Dux alleine vorne im Zentrum zu haben und jemanden wie Stöger zum Beispiel oder Usami dann aus dem Zentrum ihn supporten kann mit kurzen Pässen, mit einem Dribbling. Dadurch, dass wir halt im 4-4-2 spielen und das halt auch sehr tief gestaffelt ist und halt nicht irgendwie in einem 4-3-3 oder in einem 4-2-4, wo du so willst, wo die Außen schon mal weiter vorne sind, sind die Wege einfach zu lang. Das ist mir jetzt auch bei diesem Spiel massiv aufgefallen. Dodi Lukabakio, der hat sich zwar wieder die Seile aus dem Neib gerannt, aber er war halt immer in der eigenen Hälfte oder auf Höhe der Mittellinie und konnte sich halt so auch durch Passkombinationen nicht nach vorne kombinieren, weil die Gladbacher in der Zeit dann verschieben konnten. Die Gladbacher haben was gemacht, was wir nicht gemacht haben. Wir haben keine fließende Systeme, keine fließende Systemwechsel gehabt zu einem 4-3-3 oder einer Fünferkette oder Ähnlichem. Das haben die Gladbacher einfach besser gemacht. Die haben dieses Spiel taktisch auf jeden Fall dominiert. Das hätte ich Dieter Hecking nie zugetraut, dass er diesen Sprung machen kann. Deshalb lobe ich Dieter Hecking, als er diesen Sprung gemacht hat. Traust du Friedhelm Funkel zu, dass er diesen Sprung noch machen kann? Er guckt mich gerade böse an, ich habe an meinem PC dieses 1895-Fatuna-Heft vom Saisonstart noch hängen, der guckt hier ziemlich böse drauf. Denkst du, dass er diesen taktischen Wechsel noch schaffen kann oder brauchen wir tatsächlich einen neuen Trainer, egal wen, und dann vielleicht auch neue taktische Impulse und vielleicht auch eine zweite Chance für Spieler wie Kenan Karaman? Aber das ist ja das, was ich eigentlich schon seit, als es in der zweiten Liga gut ging und wir aufgestiegen sind, fand ich das ja auch schon doof vom Funkel, dass der irgendwie immer so nach seinem Schema spielt und dann, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich fände es halt gut, wenn man auch mal anderen Leuten eine Chance geben würde und, ja, wie schon gesagt, auch mal was Verrücktes machen würde, aber gefühlt wird die Saison jetzt einfach so zu Ende dümpeln, so wie es aktuell läuft und dann, wenn man Glück hat, wird man dann vielleicht noch 16. oder 15. aber wahrscheinlich wird es nicht mehr weit nach oben gehen. Nee, es muss ja gar nicht weit nach oben gehen, die Mannschaft muss halt nur mal ein bisschen ihr Potenzial nutzen. Wir haben einige Spieler bei, Sputan, Luke Bakio und Rahman, die Potenzial auf jeden Fall nach oben haben, sich für mehr zu empfehlen. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Stimmung in der Mannschaft, das merkst du, wenn die mal beim Training beobachtet ist oder in der Nähe von denen bis denen zusammen Sushi essen gehen, dann das merkst du schon, dass da eine geschlossene Halt in der Truppe ist. Du merkst auch, dass die Bock haben, wenn du mal ein Training beobachtest. Darin geht es auch nicht. Es geht halt irgendwie darum, dass die demotiviert sind, wenn die Gegentor kassieren, dass die taktisch nicht flexibel sind und das ist für mich ganz klar der Trainer. Wenn die demotiviert in die Kabine gehen, dann musst du dir die da vorne peitschen und vielleicht haben sie ihn auch einfach zu oft gehört, sondern vielleicht haben sie auch einfach mittlerweile die Schnauze voll, wenn der immer wieder die gleichen Dinge raushaut. Ich habe auch keine Ahnung. Wenn ihr Ahnung habt, dann haut das gerne in die Kommentare oder gerne bei Facebook. Da haben wir eine Gruppe Megafon95. Ihr könnt ja auch gerne Feedback und eure Meinung reinschreiben. Wir machen auch einen Twitter und dann natürlich auch einen Instagram. Und ich glaube, ich habe alles aufgesagt. Liebt uns, liked uns, teilt uns, hilft uns sehr. Wir sind ein kleines, aufstrebendes Podcast-Projekt aus Düsseldorf von Fans für Fans. Und jeder Like, jedes Teilen unserer Beiträge von euch hilft uns sehr zu wachsen. Wenn ihr Leute kennt von Fortuna, die immer Bock haben auf so ein Interview oder ihr immer Bock habt, bei uns meine Folge mitzusprechen, schreibt uns gerne eine E-Mail an projektmegafonpodcast.gmail.com. Und wir möchten uns unsere erste iTunes-Dezision so ein bisschen dafür bedanken. Vielen Dank bei dir, Platzstürmer. Du hast nämlich geschrieben, interessanter Podcast. Rund wie die Fortuna leidenschaftlich und mit persönlichem Engagement produziert. Klasse, dass es einen euch gibt. Bin zwar nicht immer eurer Meinung, was meine Vorfreude für die Folge nicht beeinträchtigt. Für jeden, der es mit der Fortuna hält, die beste Möglichkeit, sich im Bus auf die Ohren zu geben. Bitte weitermachen. Vielen Dank. Wir hören auch nicht auf, lieber Platzstürmer. Du hast uns eine Fünf-Ständer-Rezidierung gegeben. Deswegen vielen, vielen Dank, Micha. Müssen wir noch großartig über das glücklose Fortuna sprechen und die Handelfmeter, die wir jetzt in den letzten Spielen kassiert haben, die mindestens 50%-Entscheidungen waren? Ja, ich finde es halt nur lächerlich, dass es dafür einen Handelfmeter gab. Das war auf jeden Fall der, der am wenigsten Handelfmeter war von den letzten Dreien. Und ja, der kriegt den Ball aus eineinhalb Metern mit Vollspann gegen den Arm, der halt angelehnt ist. Und die Hand guckt halt vorne raus. Wie schon gesagt, erst hast du halt nicht gerade die Qualität und dann kommt noch Pech dazu. Und ja, ärgerlich halt. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ist halt so. Ich meine, der VR kann nichts machen. Die können ja nur bei krassen Fehlentscheidungen was machen und der kriegt halt den Ball gegen die Hand. Ist jetzt keine krasse Fehlentscheidungen. Müssen wir mit leben. Wir müssen auf jeden Fall mehr Biss zeigen, aggressiver werden. Und vielleicht, vielleicht mit mehr Engagement und einer neuen Taktik geht es dann vielleicht auch für uns in bessere Zeiten. In Berlin ist würde ich das Gleiche sagen wie jetzt gegen Gladbach. Wenn du engagiert spielst, offensiv spielst, die überrascht, überrumpelst und dann ein Tor schießt, ist das Spiel offen. Und dann kann das für uns natürlich in beide Richtungen gehen, zum Sieg oder zum Unentschieden. Du musst allerdings am Ball bleiben, gierig sein und natürlich mutig. Aber das muss ja auch die Aufstellung dann zeigen. Micha, jetzt haken wir mal Gladbach ab und widmen wir uns mal so ein bisschen dem, was die Woche sonst noch so vorgefallen ist. Nämlich mit deinem Fail der Woche. Du hast wieder mal die Stadionsprecher attackiert. Müssen wir noch ein Sondergespräch machen. Damit komme ich wieder zurück zum Gladbach-Spiel, weil der Stadionsprecher von Gladbach, das war halt genauso dieses, was ich halt ging mit dem Stadionsprecher in Nürnberg. Halt, dass das so ein Kirmes-Typ ist, der dann Gladbach 2, Düsseldorf 0. Auch wenn Düsseldorf hätte drei Tore machen können, hätten die trotzdem gerufen, Düsseldorf 0, weil es ja so lustig ist. Und das ist ja schon was, was mich richtig auf die Palme bringt, weil ich das abgrundtief nicht leiden kann. Und dann ist er fertig mit seinem zwei Minuten Gelaber und seinem Hin- und Herschreien mit den Fans. Und dann fängt er auch noch an zu singen, dieses Döp, 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 wo ich mir dachte, okay, das ist auf jeden Fall der schlimmste Mensch der Welt. Oh, ich hasse sowas. Also so Stadionsprecher, wo ich mir denke, seid ihr auf der Kirmes oder was ist los mit euch? Jetzt noch eine Fahrt steigt, ein, 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 jetzt geht's los, 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 los. Und dann die Leute, die im Karussell sitzen, ja, schneller, noch eine Runde und die letzte Runde rückwärts. Ich habe ja keine Ahnung, ich bin froh, dass unsere Stadionsprecher, die wir beide so kennen, das nicht machen. Es ist einfach nur peinlich, ich weiß nicht, vielleicht gefällt es dann, wenn man selbst Fan von irgendwas ist. Alle Stadionsprecher da draußen, die uns hört, warum macht ihr das? Oder warum macht ihr das nicht? Hört bitte auf, wenn das auch eure Meinung ist. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Michael, jetzt gucken wir direkt mal auf das Berlin-Spiel weiter. Dann haben wir noch Marcel Subotka, der ist für das Herdspiel wieder fest eingeplant. Der war ja leicht angeschlagen, genauso wie Benito Rahman ist fraglich. Der hat so einen Schlag abgekriegt, da weiß man auch noch nicht genau, ist er dabei oder nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen am Samstag. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt 50 Folgen dabei wart. Und ich hoffe, ihr seht auch die nächsten 50 Folgen bei uns im Megafon95 Fortuna Podcast. Auch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr findet uns natürlich in den Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter, YouTube, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, liked uns, teilt uns. Und dann würde ich diese aktuelle Folge auch mal für beendet erklären, weil irgendwie haben wir heute nicht so die Böcke über unsere Mannschaft zu sprechen. Ja, das ist halt, wie schon so oft gesagt, irgendwie hat man das Gefühl, man dreht sich im Kreis und denkt sich, nächstes Spiel wird besser. Und dann läuft es auch mal ganz gut, wie gegen Gladbach. Da lief es ja eigentlich bis zum Gegentor ganz ordentlich. Und dann kriegt man doch wieder 3-0 auf den Sack. Und das ist dann so immer, du denkst dann so, ja, dieses Mal wird es besser. Und dann, ach, es läuft besser. Und dann, nee, es läuft doch so scheiße. Und irgendwann, irgendwie hat man dann auch nicht mehr viel zu sagen. Und deswegen, eigentlich traurig für eine 50. Folge nicht viel zu sagen zu haben. Aber das ist halt, wir können uns das ja nicht ausprobieren, wann die 50. Folge kommt. Das ist halt die 50. Folge. Und ich hoffe, die Leute haben auch nicht gemerkt, dass wir über Skype aufnehmen. Ich hoffe, das macht der Soundqualität keinen Abbruch. Weil eine Premiere zur 50. Folge ist das erste Mal mit Skype. Und, ja, gegen Hertha wird es mal wieder besser werden, hoffentlich. Mal gucken, wie wir das dann schaffen, aufzunehmen. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt. Ich bin der Mo, Edwappendribbel auf Twitter. Mein Partner ist natürlich, wie immer, der Michael Transky, 8 auf Twitter. Und ich habe ihn heute gar nicht angekündigt, dass er eine Legende des Amateursports ist. Ich glaube, da war er ganz glücklich drum. Und dann würde ich sagen, wenn ihr die 5-Stelle-Datisierung auf iTunes dagelassen habt, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.